Ich rausch die Karten so drüber, sag's zu stopp. Stopp! Zu spät. Spät. Ich muss ganz langsam. Bei dieser Karten hier, die haben wir beide gesehen. Nimm die hier. Die merkst du aber. Nur du alleine. Nur du alleine. Jetzt, Heli. Pass auf. Jetzt zeig er dir was. Du musst jetzt mit deinem Geist diese Karte dieser Dame nur mit dem Geist vermitteln. Kein Wort sagen. Damit du das alles leicht aufholt, kriegst du von mir Brüllen. Aber du passt ja gut. Das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Ich fang jetzt aber auf. Wahrscheinlich war der schon der Hauptmann. Das ist unter dem Sehens. Heli. Schau her. Da hast du jetzt deine Gedanken über den Tragen auszuwerten. Ja. Das ist der alte Griff. Das hältst du da zu ihr und suchst die Dame, der sie das übermitteln lässt. Aber nicht auszutun. Das ist schwer. Da ist die Dame auch nicht auszutun. Ja. Du meinst. Ich hab's nicht. Du hast ja mit ihm gefällt. Nein, noch nicht. Du sagst nicht, wo die Dame ist. Die Dame tut mein Wort. Ist ein Mann. Du siehst das nicht gescheit. Heli. Schau her. Da hab dann eine Verfeinerer. Du machst jetzt die Schärfe ein Stück. Das tust du jetzt auf der Vorderseite. Du siehst du. Halt das her. Mit deinem. Du siehst du. Nehm mit der Lenden Hand. Schau her. Halt mit der Lenden Hand. Dann nimmst du das hier. Nein, ich will nicht. Die Parteiseite. So hältst du es zum Gesicht. Das tust du da vorne aufholt und du siehst schärfe ein Stück. Halt wilde. So. Schwenke. Okay. Hast du jetzt die Dame schon? Noch nicht. Noch nicht. Aber jetzt. Halt die Richtung deiner Wengerl. Da fährt mich die noch nicht. Wenn du so geschossen hättest du es zuschauen musst. So, jetzt. Hast du jetzt die Dame noch? Ja, jetzt. Gefilte sind so lieb. Steigen Sie auf. Und Heli, du tust jetzt gedanklich diesen Kartenwert, dieser Dame übermitteln. Und ich frag dann die Dame, ob schon was gespürt. Gespürt ihr schon was? Ja, ja, ja. Gespürt ihr schon was? Ja. Was ist denn eine rote oder eine schwarze Karte? Hele, konzentriere dich. Ja, ja. Ist es eine rote oder eine schwarze Karte? Eine rote Karte. Super. Steht? Ist es eine Bild- oder eine Zahlenkarte? Eine Bildkarte. Steht das? Ja. Ja, ja, ja. Und was für ein Bild? König. Da gibt es einen König und einen Oberass. Was für ein Bild? Ein Aus. Eine Herz. Ja, ja. Und was für ein Aus? Eine Herz. Stimmt das? Ja, es ist nicht. Hele, gratuliere! Das ist so ein Wahnsinn! 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 Das ist so ein Wahnsinn!